Discord Autostart deaktivieren Wer die Discord-Desktop-Anwendung auf seinem Computer nutzt, stellt möglicherweise fest, dass Discord beim Einschalten des Computers automatisch startet. Tatsächlich startet es automatisch. Und das könnte etwas nervig sein und jetzt möchten Sie es deaktivieren. Um es zu deaktivieren, melden Sie sich bei Ihrem Konto in der Discord-Desktop-Anwendung an. Klicken Sie dann auf diese Einstellungsoption. Scrollen Sie nun im sich öffnenden Menü nach unten und klicken Sie auf diese Option. Bitte liken und abonnieren, bevor Sie fortfahren. Auf der Seite, die sich für Sie öffnet, bezieht sich diese erste Option auf den automatischen Start der Discord-Anwendung auf Ihrem Computer. Sie sollten diese Option deaktivieren, wenn Sie nicht möchten, dass Discord automatisch startet, wenn Sie Ihren Computer einschalten. Beachten Sie, dass diese Option für Personen gedacht ist, die die Discord-Desktop-Anwendung verwenden. Sie können es in diesem Abschnitt jederzeit problemlos wieder aktivieren. Bitte liken und Kanal abonnieren.